Zurzeit sieht es in der Technikwelt ziemlich langweilig aus und deswegen habe ich mir mal gedacht mache einfach mal ein Video mit den Top Tipps und Tricks für den Black Friday und das seht ihr nach dem Intro Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wie ich schon sagte, gerade ist in der Technikwelt nicht ganz so viel los dafür gibt es dabei jetzt dann bald ein paar wirklich richtig gute Angebote manche sind schon draußen, weil jetzt gerade Black Week oder Black 4 mittlerweile ist das echt schlimm geworden also der Black Friday ist eigentlich eine Tradition aus USA, nur so ein paar Handinfos und der ist dieses Jahr am 27. November das ist der Tag nach Thanksgiving und der Cyber Monday für die Leute die sich das fragen, der ist am 30. November dieses Jahr so, da man muss immer sagen, der Black Friday ist immer so ein bisschen negativ, ein bisschen positiv es gibt viele Fake Angebote, also sowas mit 80%, da will ich jetzt mal nicht darauf angehen aber es gibt sonst auch eine Menge wirklich echt gute Angebote, wie man die erkennen kann und was Tipps und Tricks sind, um die besten zu finden, das schauen wir uns jetzt Okay gut, fangen wir an Also mein erster Tipp ist eher mehr eine Warnung, weil man sollte wirklich aufpassen, vor allem am Black Friday und auch am Cyber Monday auf Fake Angebote und auf allem was noch viel schlimmer ist, sind diese Fake Countdowns, wo dran steht nur noch, keine Ahnung, zwei Stunden gilt diese, super duper irgendwas Angebot da Also meistens, vor allem am Anfang von Black Friday würde ich mir da gar keine Sorgen machen Natürlich wenn es dann so zum Ende hingeht und die Woche, also man ist dann schon am Cyber Monday dann muss man, hat man natürlich immer das Risiko, dass man das Angebot nicht mehr bekommt aber wo es meist nach dem Black Friday dann auch noch weiter geht aber so, vor allem am Anfang des Black Friday findet man immer noch mehr so ein Angebot und teilweise auch ein besseres kann man natürlich nie so wirklich sagen, manche Angebote gibt es wirklich nur einmal aber die sind so selten und alle wirklich vertrauenswürdigen Angebote die wirklich nur einmal gibt, die sind auch nicht mit irgendeinem Countdown drauf batscht das ist einfach ein mieser Trick, mein Gott da muss man sich halt jeder selber damit abfinden aber vor allem am Anfang von Black Friday würde ich mir da gar keine Sorgen machen weil den Preis bekommt man meist noch mal Tipp 2 ist von mir aus gesehen, dass man sowas wie Dialo zwar mal drauf schaut aber sich nicht darauf verlässt, weil vor allem auch bei meinen Suchen zu verschiedensten Sachen es mir auffällt, dass man meist Angebote die 40, 50 Euro günstiger sind, die nicht auf Idealo gelistet sind ist zwar extrem schade, weil man will sich ja damit allgemein die Arbeit und das Suchen erleichtern aber natürlich muss man sagen, dass Idealo natürlich auch die Verträge mit ihren Firmen hat und wirklich nur offizielle Stellen dafür nimmt und nicht jedes Angebot obwohl man sagen muss, dass bei Idealo natürlich auch ab und zu unseriöse Sachen drin sind bei Real kommt zwar einem bekannt vor, das sind aber meist chinesische Verkäufer und dann natürlich auch eBay-Verkäufer, da ist natürlich auch nicht ganz sicher, muss man auch mal nachschauen also sowas wie die Yalo oder so würde ich zwar mal drauf schauen, aber nicht hauptsächlich verwenden empfehlenswert ist in dem Fall Geizhals, das ist wirklich, also wird mittlerweile eigentlich hauptsächlich als Computer Hardware verwendet, also zum Kauf von Computer Hardware, aber ist auch eigentlich bei jedem anderen elektronischen Gerät ziemlich gut zu verwenden, natürlich haben die da sowas wie Schuhe oder so nicht, aber alle elektronischen Geräte was natürlich hauptsächlicherweise Black Friday mitverkauft wird, kann man da ziemlich gut nachschauen vor allem weil man auch da wirklich direkt sehen kann, wann der Preis wie hoch war, wo die Angebote waren und da ist auch wirklich alles gelistet, also ich habe noch nie einen günstigen Preis gefunden als den, den ich auf Geizhals gesehen habe, das ist bei Idealo anders und das war der zweite Tipp 3 ist, einfach auf schauen, wie viel denn das ganze Gerät bei verschiedenen anderen Farben kostet weil bei zum Beispiel einem Smartphone oder so ist es meistens nicht ganz so wichtig, ob das jetzt unbedingt schwarzes oder grau ist oder was weißes, natürlich kommt das immer beim Handy, ist immer etwas wichtiger, aber bei so Sachen, wo sowieso Hüllen oder so drauf sind ist es einfach auch lohnenswert, weil man da teilweise wirklich 20% oder so weniger sagt, wenn man einfach eine andere Farbe nimmt und teilweise ausverkaufte Sachen gibt es auch zu dem Preis, in einem besseren Preis in einer anderen Farbe und da sind sie dann meistens vorhanden so kann man einfach ein bisschen Geld sparen und auch Sachen, die vielleicht ausverkauft sind, dann doch noch bekommen mit dem vierten Tipp kann man jetzt wirklich richtig Geld sparen auch neben dem normalen Black Friday Angeboten, denn Gutscheine sind auch eine sehr gute Möglichkeit denn man findet überall Rabattcodes und Gutscheine mit denen man meist auch einfach 10 oder 20 Euro nochmal extra sparen kann, teilweise auch 10 oder 20% kommt natürlich immer drauf an auch immer eine gute Möglichkeit sind Anmeldungen bei Newsletter dafür spart man sich auch meistens mit 10 oder 20 Euro und die meisten Leute haben sowieso mehrere E-Mails, da gibt man einfach seine dritte E-Mail an nimmt den Code, haut den rein und schon hat man sich wieder 10 oder 20 Euro gespart das ist natürlich bei größeren Sachen die keine Ahnung mehrere 100 Euro oder bis 1000 Euro kosten natürlich nicht ganz so lohnenswert wie bei kleineren Sachen die nur 100 oder 200 Euro kosten aber 10 oder 20 Euro sind 10 oder 20 Euro und teilweise sind es auch 10 oder 15% und das ist, finde ich, nicht schlecht und auch immer lohnenswert da einfach mal reinzuschauen da gibt es verschiedene Webseiten ich verlinke euch hier unten in der Beschreibung eine, da wo ihr das ganz gut nachschauen könnt und da ist auch der Link zu Guides dann kannst du auch direkt da nachschauen und mit dem fünften Tipp jetzt ausschaut der letztendliche und der ist zwar nicht gern gehört, aber es ist halt einfach so man sollte auch mal auf der zweiten, dritten Seite oder so schauen denn da findet man auch oft die besseren Angebote es ist auch immer lohnenswert nicht auf dem direkten Startseite bei Google sondern auf Shopping zu gehen denn da wird meistens eher das angezeigt, was man direkt sucht zum Beispiel, wenn ich nach meinem Tablet ähm, Samsung Tab S6 gesucht habe bin ich auf der Startseite immer bei dem S6 Lite gelandet bin ich aber auf Shopping gegangen war ich dann direkt bei den S6 und auch genau das, was ich gesucht habe und da findet man auch die deutlich besseren Angebote also immer ein bisschen weiter runter scrollen dass man sich ein bisschen arbeit und nicht immer das beste, nächste Angebot nehmen auch was auch immer gut ist im Vorhinein nachzuschauen habe ich ja schon gesagt, bei Guidesides kann man das auch noch aber am besten ist natürlich 4 Wochen da sind wir mittlerweile ein bisschen spiel dran, das kann man sich eher für nächstes Jahr merken und so einfach zu schauen dass man dann auch das beste Angebot ich hoffe diese 5 Tipps haben euch weitergeholfen ich finde das sind einfach die besten Tipps mit denen man einfach am Black Friday bessere Angebote erwischen kann ein bisschen mehr Geld sparen kann und wenn dieses Video euch 10 oder 20 Euro erspart hat vielleicht auch 30, 40, 50 dann bin ich schon froh, dann war es das völlig wert und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben und nach dem Black Friday ob ihr durch meine Tipps ein bisschen besseres Angebot bekommen habt oder auf manche Sachen nicht reingefallen auf die ihr sonst reingefallen werdet und somit bedanke ich mich für den Zuschauen ich würde mich sehr freuen und Abo Freunde unterstütze mich einfach völlig kostenlos und reingehauen